Die sagen, Punkt eins, das ist aber eher eine Ausrede, finde ich, ja, man macht sehr Spaß, was ich mache. Das muss ja nicht so sein, dass jeder das systematisiert sein muss. Muss es auch nicht, nur du hast den großen Vorteil, du kannst es ja weiterhin machen. Aber du könntest es auch abgeben, wenn du wirklich mal krank wirst oder so, weil bei den meisten Unternehmen ist es wirklich so, wenn der Inhaber mal drei Monate ausfällt, kann der Laden zumachen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der A&M. Heute geht es um ein mega spannendes Thema, nämlich wie bekomme ich eigentlich die Abläufe in meinem Betrieb ein bisschen mehr in den Griff. So, dass ich nicht immer der Feuerwehrmann bin und das Mädchen für alles, wenn mal irgendwo was anliegt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Let's go. Ja, also im Grunde musst du dir erstmal eine Sache klar machen. Es gibt ja schon viele Dinge im Unternehmen bei dir, die gar nicht so schlecht laufen. Nur aktuell ist halt sehr viel manueller Input dafür notwendig, deinerseits wahrscheinlich größtenteils. Es läuft dann gut, wenn du die ganze Zeit drauf schaust, so ungefähr. Und was man sich eigentlich nur mal fragen muss ist, wie schaffe ich es denn, mein Gehirn, meine Intelligenz, mein Wissen in ein System zu bringen, sodass die anderen Leute auch folgen können. Und im Grunde muss man sich dafür eigentlich nur ein was klar machen. Unternehmen bestehen letztendlich immer aus Prozessen. Ich habe einen Vertriebsprozess, ich habe einen Prozess für Rechnung gestellt werden, Prozess für Angebot erstellt werden, Einkaufsprozess, Montageprozess, alles Prozesse. Und diese Prozesse bestehen aus Schritten. Das heißt, ich habe beim Vertrieb zum Beispiel einen ersten Schritt vorgespräch, dann habe ich einen zweiten Schritt Vereinbarung fürs Beratungsgespräch, dritten Schritt Beratungsgespräch, dann Aufmaß. Dann irgendwann die Angebotserstellung, der mit reinfällt. Und jetzt ist ganz wichtig, für diese Schritte sind immer, oder drei Dinge gehören immer zum Schritt dazu. Das ist erstmal ein Input. Also ich brauche bestimmte Dinge für den Schritt. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich mit dem Kunden einen Termin vereinbare, brauche ich eine Nummer von dem Kunden. Ich brauche eine E-Mail-Adresse vielleicht von dem Kunden. Ich brauche den Namen des Kunden im besten Fall natürlich. Ich brauche die Adresse des Kunden, kann ich auch abfragen im Zweifel. Ich brauche einen Terminkalender von der Person, mit der er vereinbart werden soll. Das ist der Input. Dann gibt es einen Ablauf. Der Ablauf in dem Fall wäre ein ganz einfaches Skript. Man würde so ein paar Textzeilen schreiben, was halt gesagt wird am Telefon. Und das würde man dann halt machen. Und danach brauche ich einen Output. Der Output wäre dann in dem Fall ein gebuchter Termin, der irgendwo im System hinterlegt ist zum Beispiel. Das ist jetzt ganz, ganz simpel. Aber wenn du so jeden Schritt wirklich mal betrachtest von deinen ganzen Prozessen, stellst du fest, es ist alles gar nicht so kompliziert. Nur meistens fehlt den Leuten irgendwas im Input, weil irgendwo der Output nicht so war, wie er sein sollte, das nicht weitergegeben wurde. Weil jeder Output ist auch Input für den nächsten Schritt wieder. Auch logisch. Oder die machen den Ablauf einfach anders. Zum Beispiel der eine macht ja erstmal noch fünf Minuten Smalltalk mit dem Kunden, während der andere direkt dann den Termin vereinbart, aber auch nicht richtig nochmal nachfragt, ob die E-Mail-Adresse zum Beispiel noch stimmt. Und so passieren Fehler. Zum Beispiel, wenn du es feststellst, bei zwei Kunden hat die E-Mail-Adresse nicht gestimmt, die Einladung ist nicht ausgegangen, der dachte, der Termin war nicht vereinbart und ist nicht da gewesen, dann würde ich doch das erste Mal machen, in das Skript einzufügen, die E-Mail-Adresse abzufragen. Und dann ist auch egal, ob du da Mitarbeiter A, B oder C dran setzt. Der wird das Skript auf die gleiche Weise lesen, wenn es vorgegeben ist. Also im Prinzip geht es erstmal darum, das ganze Unternehmen in so eine gewisse Form zu gießen. Exakt, wir gießen es in der Form. Dass man so eine Art Schablone hat oder so eine Form, dass man erstmal guckt, okay, wie ist eigentlich der ideale Ablauf, wie machst du es eigentlich als Geschäftsführer, sodass es also seit Jahren funktioniert. Und sobald du es dann Mitarbeitern gibst und die es dann machen, funktioniert es auf einmal nicht mehr so. Genau. Da muss man natürlich dann schauen, dass du selber erstmal so eine Bestandsaufnahme machst und guckst, okay, wie ist eigentlich hier der Prozess, wie funktioniert das eigentlich gut. Und dann auch versuchen deine eigenen Entscheidungsprozesse, weil dann ist auch häufig ja, wenn das so und so ist, ja, dann kommt es halt drauf an. Und dieses, dann kommt es halt drauf an, dass man das auch systematisch irgendwie anhand von einfachen Fragen, die man sich stellen kann, dass das auch jemand anderes entscheiden kann. Darum geht es eigentlich, dass man diesen Prozess einmal aufzeichnet oder aufmalt und sagt, okay, was brauche ich für diese einzelnen Schritte und dass man sich das ganze Unternehmen so einmal so abbilde im Idealfall. Genau, genau. Und letzten Endes, wie gesagt, wie Marvin auch schon sagte, du musst halt nur schauen, welche Prozesse laufen denn eigentlich schon gut, wie machst du sie und das dann halt in eine Form bringen. Und das fällt halt vielen schwer. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt auch immer noch Aufgaben, die wir trotzdem der Mitarbeiter noch nicht machen können, selbst mit perfekter Anleitung, weil er einfach fachlich dafür nicht geeignet ist. Zum Beispiel Montage, da muss ich handwerklich auch was können. Da reicht es mir jetzt nicht nur, ein Video zu sehen, wie das Ganze funktioniert und den Checklist am Ende zu haben. Und da kann man auch sagen, man kann Aufgaben so in drei Kategorien unterteilen. Von der ersten Kategorie kannst du dich eigentlich sofort trennen, weil die ist super simpel zu automatisieren. Also erste Kategorie sind Helferaufgaben. Das sind Aufgaben, die kann theoretisch jeder machen. Termin vereinbaren kann, die der machen, Rechnungserstellung, Angebotserstellung. Jeder, der das Wissen hat, also andersrum, der den Input hat, was er braucht für den Schritt, der das Wissen hat, wie der Schritt abläuft und der weiß, welcher Output definiert ist, kann den Schritt genauso machen wie du. Ich sage mal 90 Prozent so wie du. Und das heißt natürlich nicht, dass es immer perfekt laufen wird. Das heißt auch mal, dass ein Fehler passieren wird. Aber es werden halt Fehler nur noch in, ich sage mal, 5 Prozent der Fälle maximal passieren, wenn überhaupt. Und dafür musst du 0 Prozent Zeit investieren danach. Thema zwei sind Fachkraftaufgaben. Da brauche ich fachlich irgendeine Voraussetzung. Zum Beispiel Aufmaßtechniker muss ich dann zum Beispiel sein, wenn ich Aufmaß machen will. Ich muss die Produkte ein bisschen kennen als Verkäufer. Ich muss montieren können als Monteur, ist auch klar. Auch das wird natürlich dann strukturiert, dass auch die Leute es möglichst einfach haben in den Aufgaben. Aber da kann ich jetzt nicht irgendeinen Helfer ansetzen. Und Thema drei sind Unternehmeraufgaben. Das ist die Sache, wo die wenigsten wirklich gerade aktiv arbeiten. Die meisten denken, dass eine Unternehmeraufgabe einen Kunden abzuschließen ist es aber nicht. Es wäre eine Unternehmeraufgabe, einen Prozess zu schaffen, mit dem ich in Zukunft und meinen Mitarbeitern Kunden besser abschließen kann. Das wäre eine Unternehmeraufgabe. Alles, was einen Hebel hat. Ich spreche auch ganz oft mit Teilnehmern bei uns aus der Unternehmergruppe, aus der Mastermind, die einfach 70% ihrer Zeit damit verbringen, Angebote zu schreiben. Helferaufgaben zu machen, ja. Das ist halt schon krass, wenn man dann sieht, das ist teilweise ein Unternehmen, 20 Mitarbeiter oder so, wenn es nur 10 Mitarbeiter sind. Und der sitzt den halben Tag da, schreibt Angebote, erstellt Rechnungen, was jede Bürokraft könnte, bei seinen Stundenlohn von, keine Ahnung, 40, 50 Euro oder noch mehr. Bei einem Bürokraft von einem Stundenlohn von, wenn es hochkommt, ich sag mal 16, 17 Euro. Und das nur, weil man eben noch keine Möglichkeit gefunden hat, diesen Prozess richtig einmal aufzunehmen, wie man es macht. Also ich habe jetzt letztens mit einem unserer Partnerbetriebe gesprochen, der macht Kälte-Klimatechnik. Und ja, dann habe ich ihn gefragt, naja, wie läuft das denn ab, wenn du die, also er hat, wirklich verbringt er fast 70% seiner Zeit mit Angebote schreiben. Und dann habe ich ihn mal gefragt, naja, wie läuft denn das ab, wenn du, wenn du die Angebote schreibst und wie du die aufnimmst. Also der erste Schritt ist erstmal, dass er mit Stift und Zettel beim Kunden vor Ort die Infos aufnimmt. Und da fängt es natürlich schon an. Und jetzt haben wir quasi so eine Art Lösungsansatz schon mal entwickelt, dass er jetzt so ein Auftragsblatt erstmal hat, wo er standardisiert erstmal seine ganzen Informationen einträgt. Also dass erstmal so ein Standard auch für sich selber geschaffen wird. Dass nichts vergessen wird. Genau, wenn nichts vergessen wird, dass auch die richtigen Fragen in diesem Bogen gestellt werden. Und da hat er jetzt, ja, sich erstmal so ein Formular quasi gemacht, was er dann auch mit Bleistift und so weiter oder mit Kugelschreiber ausfüllt, ist ja auch kein Problem. Und dann kann man natürlich irgendwann darüber gehen, dass man dann sagt, okay, er nimmt diesen Zettel jetzt und bearbeitet den jetzt auch noch weiterhin im Büro, ja. Und dann ist der nächste Schritt natürlich, okay, wie kann ich das abgeben, dass ich jemand beibringe, dass er dieses Formular nimmt und basierend auf dem Formular schon ein zu 80 bis 90% sehr, sehr gutes Angebot erstellen kann. Weil das wäre ja schon mal extrem viel wert, wenn sich dieser Geschäftsführer dann einfach, ja, er geht zum Kunden, weil das ist das, worauf er auch Bock hat, was er gerne macht. Dass er dann diese Informationen beim Kunden aufnimmt und auch in seinem Kopf schon weiß, okay, was braucht der Kunde. Das einfach in diesem Blatt erfasst und dann im Büro das Ganze ablegt jemanden und diese Person dann zu 80, 90% schon mal ein sehr, sehr gutes Angebot machen kann. Und er dann zum Beispiel hinterher nur noch drauf schauen muss, wie das Ganze jetzt gemacht wurde und dann sagen kann, ja, ah, hier wurde noch das und das vergessen, das mache ich nochmal mit dazu. Und dann fertig und abschicken. Aber nicht, dass er dann nach Hause kommt, dann erstmal die ganzen Zettel sortieren muss, dann gucken muss, ah, okay, das war jetzt von dem Kunden, da sind so ein paar handgeschriebene Skizzen und so weiter drauf. Sondern da fängt sowas schon an, ne? Also wenn das bei dir so ist, dann hast du da auf jeden Fall auch Potenzial. Ja, und jetzt kommen bei den meisten Leuten zwei Einwände direkt auf. Die sagen Punkt eins, das ist aber eher eine Ausrede, finde ich. Ja, man macht sehr Spaß, was ich mache. Das ist ja nicht, es muss ja nicht so sein, dass jeder das systematisiert sein muss. Muss es auch nicht, nur du hast den großen Vorteil, du kannst es ja weiterhin machen. Ja. Aber du könntest es auch abgeben, wenn du wirklich mal krank wirst oder so. Weil bei den meisten Unternehmen ist es wirklich so, wenn der Inhaber mal drei Monate ausfällt, kann der Laden zumachen. Ja. Weil bestimmte Prozesse nicht mehr ablaufen können. Es können keine Angebote erstellen werden, Rechnungen werden teilweise nicht mehr erstellen. Der Laden ist platt danach. Ja. Und das kann jedem passieren im Leben. Und das passiert auch jedem im Leben zwei, dreimal sicherlich, dass man mal zwei, drei Monate wirklich ausfährt wegen irgendeiner schlimmeren Krankheit oder irgendwas anderem. Und das muss man sich einfach klar machen, dass man mit dieser Ausrede, das Überleben seines Unternehmens und die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter damit riskiert. Und das höre ich sehr, sehr oft im ersten Schritt. Im zweiten Schritt ist dann natürlich, ja, bei uns ist es ja ganz anders, bei uns ist es ganz individuell, bei uns ist es wirklich speziell. Du kannst dich darauf verlassen, es gibt immer Bereiche, die wirst du nicht komplett strukturieren können, immer. Ja. Aber 90 Prozent kannst du. Und wir haben genug Partner aus verschiedensten Branchen schon betreut, um sagen zu können, es geht faktisch. Wenn du es bis dahin nicht geschafft hast, dann liegt es daran, dass du noch nicht weißt, wie, weil sonst hättest du es ja faktisch auch geschafft. Ja. Also es gibt da eben verschiedene Möglichkeiten. Also man kann da mit so Formularen arbeiten, dann kann man sagen, ja, das ist aber sehr, sehr individuell, je nachdem, was wir haben. Dann hast du halt für jede Gattung, die dann vorkommt bei dem Projekt, hast du eben ein verschiedenes und unterschiedliches Formular, die dann in Kombination sozusagen das Angebot ergeben. Also man kann da, und da kommt auch wieder ein Thema zum Greifen. Das hatten wir in einem unserer Videos hier auf dem YouTube-Kanal auch schon behandelt. Da geht es um das Thema Umfeld. Also einfach, wenn man auch weiß, was möglich ist, wie andere das lösen, dann weiß man auch, okay, das habe ich schon mal da gehört, das kann man so und so lösen. Also schau dir das Video auch gerne mal an. Ja, ist halt klar, wenn du dann da sitzt so in einer Masterwahl und denkst dir, yo, ich habe hier 40 Mitarbeiter, 30 Mitarbeiter und irgendwie schreibe ich die Rechnung alle noch selber. Und hier ist ein Fünf-Mann-Betrieb, der hat das komplett systematisiert. Da denkst du dir auch, der fühlt sich auch verarscht. Du hast ja letzten Jahre viel Zeit liegen lassen. Natürlich ändest du dann was. Ja, das sind alles so Themen generell, um die Frage zu beantworten, wie schaffe ich Strukturen in meinem Betrieb, wie strukturiere ich die Abläufe. Das ist ein weites Feld, aber es fängt letztendlich damit an, das Unternehmen halt in den einzelnen Prozessen zu betrachten, die Prozesse sauber einmal aufzugliedern, aufzuschlüsseln und dann zu überlegen, okay, wie kann ich denn dafür sorgen, dass mir jemand auch diesen Prozess abnehmen kann. Das ist nicht eben so basierend auf dem Ganzen, was du im Kopf hast, nur noch funktioniert, sondern dass es eben auch für jemanden funktioniert, dem man das dann anlernt und der es dann innerhalb von kürzester Zeit auch erlernen kann, diesen einen Prozessschritt. Niemand würde in deinem Betrieb so viel Know-how haben oder so viel Ahnung von den Gesamtzusammenhängen haben wie du selber, aber der Schlüssel ist eben, einzelne Sachen, die dich viel Zeit auch kosten im Moment, die eben zu strukturieren und auch einzeln dann abzugeben, sodass du immer mehr Zeit freischaufeln kannst. In kleinen Schritten dir Zeit eher spielen kannst, also dir freischaufeln kannst, sodass du dann immer irgendwann dazu kommst, was Alex eben gesagt hat, zu den Geschäftsführeraufgaben und dann irgendwann auch nur noch, dass du das Unternehmen so auch von außen betrachten kannst, dass du sagen kannst, okay, wie kann ich das jetzt noch weiter voranbringen und so weiter, hast du eben dann so Geschäftsführertätigkeiten. Wenn du möchtest, wenn du es nicht möchtest, kannst du auch die Struktur schaffen, dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter effektiver arbeiten. Und einfach sicherer aufstellen. Genau, und einfach selber weiter die Sachen machen, die du gerade machst, nur halt auch nach einer Struktur. Und da wirst du auch feststellen, ich bin der Meinung, ich bin überzeugt davon, jedes Handwerksunternehmen kann locker 20, 30, 40 Prozent mehr Umsatz machen mit den aktuellen Leuten, die sie haben. Mit genau denen. Und das würde auch ein großes Problem im Handwerk lösen, wenn alle so arbeiten würden. Dann hätte man plötzlich einen Fachkräftemangel nicht mehr. Ja. Sehr gut. Gut. Ich denke, da waren ein paar Sachen dabei auf jeden Fall. Und schreib gerne mal unter das Video, was so Dinge sind, wo du sagst, da glaubst du überhaupt nicht, dass es systematisierbar ist. Oder wo du sagst, da weißt du, dass es geht, aber hast du irgendwie noch keinen Weg gefunden. Dann kann man am Ende der Videos in Zukunft mal drauf eingehen. Und ansonsten, lass einen Daumen nach oben da, wenn dir das gefallen hat. Und gib ein Abo auf jeden Fall, damit du auch in Zukunft nichts verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.